Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Technik & Light, mit dabei, 580, ich bin wieder da. Hi. Da ist er. Da ist er. Ja. Ich hoffe, man sieht alles bei mir, weil ich habe schon wieder ein paar kleine Einbrüche, was die FPS angeht, aber es wird alles super. Ach, da ist der Yoshi. Ja, alles gut. Okay, wir haben uns vorgenommen, wir machen Wind. Energie. Ja. Also, wir bauen dieses Teil. Wir bauen dieses Teil. Wie das bei Yoshi aussieht, findet ihr in der Beschreibung. Wie es bei Widder aussieht, auch. Das bauen hier. Das Ding wieder gebaut. Also, es wird richtig kompliziert. Hier, ich halte noch ein bisschen länger drauf, damit ihr euch das mal angucken könnt. Wir probieren es einfach mal aus, ob es uns vielleicht ein bisschen Energie schafft. Gut. Ich werde jetzt als erstes erstmal diese Windturbine bauen. Ich brauche auf jeden Fall viele, viele Fäden. Ja. Da muss man so viele, viele Spinnen töten. Wir haben keine Fäden. Doch, wir hatten drei. Ja, super. Das nennt ihr aber nicht. Gibt es auch eine andere Möglichkeit zu Faden? Ne. Haben wir Wolle? Ja, sechs Stück. Dann könnte ich eine Wullcard bauen. Ja, genau. Was ist noch komplizierter, wie sie ist? Ne, was denn hier? Wolle-Card und ich brauche Wolle. Ich brauche alles. Oh, ich könnte auch Wolle verbrennen oder Maserator tun, dann würde ich einen Faden rauskriegen. Ja, super. Das ist aber viel zu teuer. Haben wir noch eine Diamond Plate? Für mich? Äh, Moment. Nein. Ach doch, da ist einfach eine. Eine habe ich ja noch. So. So, wie macht mir jetzt nochmal dieses Gitter? Äh. Eisen. Ja, ach nee. Das ist klar. Ah so. Jetzt arbeitet er dem guttöglich hier, oder? Dann haben wir das schon mal. Es wird wieder ein bisschen komplizierter, als wir am Anfang gedacht haben. Aber so ist das halt. Der brauche ich noch heute. Nein. Hört. Gesundheit. Was? Jetzt kann ich hier. Ich habe hier getränkt, wie ich dachte. Nee, Entschuldigung. Hört. Nee. Eine liebe Frau in meiner Wohnung hat genießt. So. Das heißt, ich brauche, äh. Gerät. Eisen und Blue Eisen. Okay, jetzt habe ich alle Wolle genommen. Das war scheiße. Hey, es funktioniert sogar. Aber der ist echt auffällig. Das ist ein blaues Eisen, blaues Eisen. Hast du eine Schere? Nein. Hatten wir mal eine Schere? Wir haben auch drüben im Dorf keine Wolle, ne? Ah, doch. Ein paar Tierchen sind da, glaube ich, drüben. Hast du letztes Mal oder vor Weidem mal eingeschmümmt. Gut. Gut, gut. Da habe ich da alle verbraucht. Ja, dann bin ich jetzt mal, äh, es wird wieder mal sehr kompliziert. Bin das. Bin die jetzt, ne? Naja, ich muss hier die ganze Wolle-Fäden besorgen. Ah, da ist es doch. Habe ich doch gesagt, dass ich schon was in den letzten Folgen nahe richtet habe. Oh, gut, ähm. Karte, oder? Boah, es liegen die ganzen Karte, Jogi. Wie, wo, was? Ein Karte ist doch noch unten. Alles klar, gut, das nehme ich mir. Ich bin in der Stadt. Boah, Brass, E- Boah, Tin und Koffer. Ne, ist auch nicht mehr da. Ne. Nicht mehr da. Ja, wie oft noch? Wo sind unsere ganzen Karten? Weiß ich nicht. Ich habe doch mindestens fünf Karts gemacht. Die heißen doch Karts, ne? Oder haben die einen anderen Namen? Bounce? Weiß nicht. Ach, super, muss ich mir wieder eine kräften. Oh, das ist immer so. Hm. So macht einem... Oh, das hieß Lore und ich suche immer nach Karts. Ja, das ist klar. Hm, passiert. So, Eisen, 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 Eisen. Hin und ran und schon hämmer das Ding. Na, ach, ich... Ich hasse es. Ich hasse es. So. Dazu brauchen wir eine Turbine. Oder was brauchen wir noch dazu? Hast du gesagt... Wind. Wind. Und dann eine der beiden. Da brauchen wir... Fäden. Ja, ja. Und ich bin gerade, wie gesagt, in der Stadt. Um Fäden zu besorgen. Kann man echt keine Fäden irgendwo liegen? Nee, nee, ich hab ja jetzt schon eine Vulkart gebaut. Damit wir dann Fäden bekommen. Äh, was ist denn ein Ding? Eine Vulkart, ich sag dir mal die, ja die, das ist die 5651. Ja, wo steht die? Die hab ich in der Hand. Ach so, ist so ein Ding, okay. Es ist quasi eine Bürste. Ach so. Ach, nebenbei noch ein Tierchen trinken. Ausgezeichnet, ausgezeichneter Team. Da ist eine Spinne. Das wird nichts bringen, weil ich hab jetzt schon 27. Wow. Das war ein gewaltiger Einbruch. Aber komisch, ob ich jetzt wieder 60 FPS habe. Nee, hab ich nicht. Hm, hm, hm. Hab ja aber auch gerade der Leck. Ja, wahrscheinlich, weil wir die... weil ich zum ersten Mal wieder hier hinfahre. Möglich. Boah, wie einfach Sauber, Dick, Wäre, ist der ganze Müll ist weg. Und nur die richtigen wertvollen Sachen kommen raus. Die ist auch schon fast unten. Fast. Fast. Perfect Query Nummer 3, ja. Wieso lässt sich denn, äh, Minecraft nicht da hinten, hierüber hinaus, dann, äh, ach, das wolle. Äh, mal so Spiegelei zu machen. Spiegelei? Spiegelei. Warum? Ja, wir haben doch auch mal eine Idee. Wäre eine Idee, aber wäre Spaß. Na, wieso? Wer wäre schon Spiegelei? Ja, wir haben ja nur die Eier, ne? Und Speck haben wir auch. Ah, jetzt weiß ich, ich war schon lange nicht mehr hier, stelle ich gerade fest. Hier sind ein paar Schafe noch geschoren. Okay. Und nein, ich habe sie nicht beim letzten Mal eingefangen, stelle ich auch gerade fest. Das wird uns sicherlich die ganzen Folgen, die nächsten Folgen wieder mal in Anspruch nehmen. Ich bin fertig mit meiner Aufgabe. Ja, ja, aber ich wollte ja nicht wissen, ich habe das ja auch mit blauen Augen, ne, den angenommen, den Auftrag, ja, ich mache das dann. Und dann so gemerkt, so, hm, scheiße, der braucht nicht mehr zu mir geholt. Der braucht nicht mehr zu mir geholt. Äh, Loan. Ja, ich komme mal zu dir und helfe dir. Hm. Gott sei Dank haben wir hier, äh, oh, komm, du, ah, los, friss, scharf, friss. Äh, kannst du ein paar Zäune mitbringen? Achso, siehltig schon zu spät, oder? Nein. Wie viel? Dann bring mal Zäune mit und, äh, ja, viele, ne? So, dass wir die ein-, und Weizen, dass wir die ein-, einfangen können. Weizen? Ja, für die Scharfe. Äh. Es reicht ja nur einer. Okay. Pulse. Boah, Standard-Pulse haben wir auch nicht mehr viel, oder? Da ein Tor? Äh, äh, ja, das wäre vielleicht auch. Ja, wir haben nämlich hier nur wirklich nur zwei Schafe in der Nähe, ne? Ja, gut, wenn man die ein bisschen vermehren könnte. Ah, ja. Ah, ja, wird dunkel, ne? Hä? Wird dunkel wieder, ne? Ich weiß. Dann geh ins Bett. Ah, ja. Dann hast du doch da ein Lager. Ja, 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 ganz ruhig, also. Sag's dann, wenn du so ein Bett liegst. Hast du aber noch nicht, keine Smaragde, ne? Nein. Oh, wir sind schon durch. Okay, Leute, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.